Der autobiografische Roman Kresi wurde von Benjamin Lebert geschrieben und erschien im Jahre 1999. Er handelt von Toleranz gegenüber Andersartigkeit, wahrer Freundschaft und vor allem den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens unter erschwerten Bedingungen im Leben eines behinderten Teenagers. Trotz seiner Andersartigkeit gelingt es ihm, im Internat fünf Freunde zu finden. Gemeinsam schaffen sie es allerdings kaum, die Hürden des Erwachsenwerdens zu bewältigen. Von vier Schulen ist Benjamin bereits geflogen. Trotz seiner 16 Jahre besucht er erst die achte Klasse. Seine Eltern hoffen, dass er an seiner mittlerweile fünften Schule die Unterprima wiederholen kann und womöglich auch das Abitur schafft. Jetzt kommt er an das Internat Neuseelen in der Nähe von Rosenheim. Hallo Leute! Ich heiße Benjamin Lebert, bin 16 Jahre alt und ich bin ein Krüppel. Nur damit ihr es wisst. Ich dachte, es wäre von beiderseitigem Interesse. Mit diesem Worten stellt sich der gebürtige Halbseitenspastiker seinen neuen Klassenkameraden vor. Benjamin, der Protagonist, ist durch seine Schüchternheit zumindest zunächst ein introvertierter Einzelgänger und Außenseiter ohne Freunde. Sein Klassenkamerad Janosch Schwarze unterlässt anfangs keine Möglichkeit, um Benjamin zu demütigen und ihn vor den anderen lächerlich zu machen. Doch nach einiger Zeit entwickelt sich zwischen den beiden eine Freundschaft. Janosch, mit dem sich Benni im Internat das Zimmer teilt, führt den Außenseiter in seine Clique ein. Dazu gehören außer Janosch, der dicke Felix, genannt Kugli, der dünne Felix, Florian, ein verwaister Junge, der wegen seiner Schmächtigkeit den Spitznamen Mädchen trägt, und der schweigsame Treu, der von ihnen am längsten im Internat ist und im Schlaf noch immer ins Bett macht. Nach den ersten Unterrichtsstunden besuchen die Jungs zusammen eine Sexualtherapeutin und Janosch versucht sie zu veralbern, indem er homosexuelle Gefühle für treu vortäuscht und ihren Rat erbittet. Weil die Jungen nur in Ausnahmefällen an ein Mädchen herankommen, reagieren sie sich durch Masturbieren ab, nicht nur allein und heimlich, sondern auch im offenen Wettbewerb. Die Freunde stellen sich beispielsweise im Kreis auf und masturbieren zu einer Vorlage, die sie an eine alte Hütte genagelt haben. Dabei zielen sie mit dem Ejakulat auf einen Keks, der auf einem Hackstock in der Mitte liegt. Wer ihn nicht trifft, muss ihn anschließend essen. Mitten in der Nacht wird eine heimliche Party bei den Mädchen Marleen, Marie und Anne geplant, worauf sich die Freunde aus ihren Zimmern schleichen. Der Weg zu dem Mädchengang geht über eine Feuerleiter, für Benjamin mit seinen Koordinationsschwierigkeiten eine schiere Unmöglichkeit, aber er schafft es mit Janoschs Hilfe. Als Benni und Janosch dasselbe Mädchen anhimmeln, nämlich Marleen, droht ihre Freundschaft zu zerbrechen. Als Rivalen versuchen sie auf der Party, bei der viele Zigaretten und reichlich Alkohol im Spiel sind, mit allen Mitteln das Herz von Marleen zu erobern und sie spielt dabei teilweise mit den Herzen der beiden Jungen und macht ihnen falsche Hoffnungen. Nachdem es scheint, als hätte Janosch Erfolg bei Marleen, kommt es zu einem Streit zwischen den beiden Jungen, wobei Janosch meint, Marleen würde sich nur aus Mitleid aufgrund seiner Behinderung für ihn interessieren, aber nicht aus Liebe. Verletzt und betrunken verlässt Benni das Zimmer und torkelt auf die Toilette. Auf dem Flur trifft der Malens Freundin Marie, die wiederum von ihrem Freund verlassen wurde. In einem Badezimmer verschafft Marie Benni sein erstes Mal. Anschließend lässt ihn allein zurück und Benni wird übel. Im Buch beschreibt Benjamin seine erste Erfahrung so. Das war alles ein wenig viel für mich heute, anstatt zu schlafen, eine Feuerleiter hinauf zu klettern, zu saufen, was das Zeug hält, mal eben ein bisschen zu vögeln und nebenbei erwachsen zu werden. Das reicht für eine Nacht. Da würde jeder kotzen, glaube ich. Letztendlich will die umworbene Marleen weder von Benni noch von Janosch etwas wissen, denn sie hat sich bereits in einen älteren und reiferen Studenten verliebt. Am nächsten Morgen läuft Benni am Ufer des Sees entlang und trifft dabei auf Janosch. Benni entschuldigt sich für sein Verhalten auf der Party und auch Janosch sieht sich als Schuldigen, wonach sich beide aufgrund der gemeinsamen Chancenlosigkeit bei Marleen versöhnen. Zum Ende des Schuljahres ist Benjamin frustriert, da seine Eltern sich scheiden lassen wollen, weil sein Vater ein Verhältnis mit seiner Assistentin hat. Seine Freunde haben ähnliche Probleme und alle beschließen zu türmen. An einer Haltstelle der Buslinie nach Rosenheim treffen sie auf einen älteren Mann, einen ehemaligen Schüler des Internats Neuseen, der in München wohnt, aber regelmäßig herkommt, weil seine verstorbene Frau hier auf dem Friedhof liegt. Sam Braus, so heißt er, schlägt den sechs Ausreisern vor, mit ihm nach München zu kommen. Von Rosenheim aus geht es mit dem Zug weiter. Benni liest während der Fahrt Passagen aus Der alte Mann und das Meer vor. In München staunen die Jungen über das Großstadtleben. Sam Braus wohnt in Schwabing über einem Nachtlokal. Selbstverständlich zieht es die Ausreiser zu den Striptease-Tänzerinnen. Benjamin konsumiert im Striplokal zu viel Alkohol, bricht zusammen und erwacht erst am nächsten Vormittag, womit schließlich die Flucht aus dem Internat endet. Der Roman endet mit Bennis Rückkehr in das Internat Neuseen. Er schafft das Klassenziel und seinen Abschluss wieder nicht. Sein Vater holt ihn aus dem Internat ab und nimmt ihn mit nach München, wo er seit dem Scheitern seiner Ehe mit einer anderen Frau zusammenlebt. Untertitelung des farben Schleis earthen